Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11605 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Genau das meine ich. Hier müssen wir den Text noch etwas schärfen. Genau das meine ich. Hier müssen wir den Text noch etwas schärfen. Genau das meine ich. Hier müssen wir den Text noch etwas schärfen. Die Holzkiste ist jetzt rosa. Ich hoffe, meinem Mann gefällt die Farbe. Die Holzkiste ist jetzt rosa. Ich hoffe, meinem Mann gefällt die Farbe. Die Holzkiste ist jetzt rosa. Ich hoffe, meinem Mann gefällt die Farbe. Immobilienmakler bauen sich ein Netzwerk in der Immobilienbranche auf. Immobilienmakler bauen sich ein Netzwerk in der Immobilienbranche auf. Immobilienmakler bauen sich ein Netzwerk in der Immobilienbranche auf. Ein Geschenk kann Brücken zwischen Menschen bauen und Bindungen stärken. Erholung ist wie ein Geschenk an dich selbst. Genieße die Momente der Ruhe und Gelassenheit. Wo sollen die Heizkörper hin? Kannst du mir das noch einmal genau zeigen? Wo sollen die Heizkörper hin? Kannst du mir das noch einmal genau zeigen? Wo sollen die Heizkörper hin? Kannst du mir das noch einmal genau zeigen? Ich habe die Macht über die Fernbedienung und ich bestimme, was wir uns im Fernsehen anschauen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.